Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Liga Runde und zwar bisher von punktemäßigsten spannendsten Game oder Vergegnung Whitechetsu vs. Mystery. Ich bin viertletzter im Moment glaube ich. Whitechetsu ist gerade letzter, kann aber mit einem Sieg gegen mich, mich in die Regregation stoßen, was ich natürlich nicht gerade vorhabe. Ich spiele auf Neuengland die Briten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ähm, er spielt die USA, er kann die halt, ich kann meine Civ nicht. Das wird deswegen ein bisschen schwierig. Ähm, ja von daher, ich mach mal eben noch Stream an für Zuschauer, die noch irgendwie reingucken wollen. Und, alles klar. Let's go. Neuengland, ähm, hat mich extra wie Briten gewählt, weil, ähm, die ja schönen guten Herden haben und auch auf Wasser ziemlich gut sind. Und, und man kann halt, hatte ich auch einfach gesagt, gegen seine USA, hätte man die beste Idee dafür. Kommandant, ja, Jimena Sir. Und hat mir die besten Chancen dagegen. Ready, Pomandant, ready, Jimena Sir. Heil. Yes. Yes. Ready, Richt. Und, Richt. Yes, Richt. Heil, Unterricht. Yes. Yes, Richt. 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 Ready, Imena Sir. Ich bin hier oben. Ich hab meinen Parkplatz falsch gebaut. Dammit. Hehehehe. Das fängt schon mal super an. Yes. Ready, Unter. Imena Sir. Unter. Ready. Yes, Imena Sir. Richt. Kommandant, yes, Richt. We're going to it. Iwis. Ready, Iwol. Richt. Imena Sir. so ich hab water team glaube ich ist das nein 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 das will ich nicht ich hab doch als ob ich kein wasser weg habe shit muss ich das muss ich das schon nehmen erinnert mich auf das letzte verdammt ich hab gar keinen musk drin ach gottes willen das wird eigentlich wollte ich auch in tp haben aber die glaube ich nur ein bisschen sehen wir auch wasser wenn überhaupt okay Ja? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt auf Wasser gehen will. Arnold! Ich weiß nicht! Bist du nachrufen? Ja, ja, ja! Ja, ja! Frei! Ja, ja, ja. Ready. Ready. Heil. Imenesau. Commandment. Yes. Iwalt. Imenesau. Heil. Ready. Ready. Yes. Yes. Ready. Iwalt. Iwalt. Ready. Iwalt. 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 Commandment. Imenesau. Er wird natürlich jetzt extrem viele, ähm... Yes. Iwalt. 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 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 4. 4. 5. 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach du Scheiße 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 Ja, ich will. Ja, ich meine so. Ja, ich will. Ich bin rückwärts, rückwärts. Ready? Ja, ich bin rückwärts. Ja. Hm. Ja. Rückwärts, rückwärts. Rückwärts. Rückwärts, rückwärts. Rückwärts, rückwärts. Yes, I want. I men. So. Yes. Ready? We want to. Yes, Commander. Yes, rückwärts. Ready, Wes. Oh, yes. Oh. Yes. 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 Imenos. Yes. You won. Yes. Ready. I mean to. Yes. Ready. Wurrigh. Waiting. I need to. I won. No, no. No. No, no. It's a new weapon. It's a new weapon. No. No, no, no. No, no, no. Yes, I mean, sir. Yes, I mean, sir. Ready, yes. Come on. I won't. I won't. Yes, I mean, sir. Yes, I mean, sir. Come on, man. Ready, yes. Yes. Ready, lay on. Come on, man. Yes. I mean, sir. Yes, I won. Yes, I won. Yes. Come on, man. Come on, man. Kommandament? Yes, I will. Yes, I mean ready. I will. Kommandament? Yes? Be with. Kommandament! Over! Over! Yes! Kommandament? Kommandament? Ready? Kommandament? Yes! nonprofits Giuseppe God�도 Kommand utilities Yes! Ja, ja, ja. Oh, yes, I won! Ready? Yes, I'm in a cell. Commandment? Yes. Commandment? So, der Fight liegt jetzt zwar gut für mich, aber ich darf mir noch nicht ausruhen. Weil die Falkonetzer habe ich definitiv gewastet. I mean with! Red, be with! Oh, red! Commandment? Yes. Forster, huh? Red, yes! Commandment! Yes! I mean with! Ready? He wants to get on it. Yes, yes, yes! Wie viele Lungs willst du noch bauen, Junge? Mann! Ready! Yes! Liege auf! Mindestens meine Musketiere sind besser als seine, weil ich halt schon die, eine Upgrade-Karte drauf habe. Die Waffe! Die Waffe! Abhounds! Yes! Die Waffe! 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 Und er schreibt schon GG. Jawoll! Brittenregeln. Ich hätte jetzt gerade noch das Schiff flicken wollen. Einfach nur, wenn ich das machen kann. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich gerade sagen. Eilige Scheiße, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Vor allem das Traurige ist, er hat es einfach deutlich besser gemacht. Er hat viel besser getradet. Er hat doch nicht die Kanonen gewastet oder so. Aber ich habe einfach... Billiger Population hat 70, 25. Aua! Na und hier hat alles verloren. Ich habe konstant ganz einmal weiter drücken können. Ich liebe Briten. Sorry. GG, Wyatt. Tja. Hätte ich mal doch. Ich hätte es anders machen müssen. Ich glaube, ich weiß, welche andere Strategie auch erfolgsversprechend gewesen wäre. Aber naja. Es war auch echt scheiße, dass der eine Handelsposten so scheiße geklippt ist, dass ich mir den nicht auch noch holen konnte. Echt? Konntest du den nicht... Ach so! Wow! Wie scheiße! Ehrlich, das war echt nicht schön. Ich habe mich ganz sehr gewundert, warum hast du da keinen vierten hin gebaut? Ja, hätte ich getan. Ja, ich hätte dich doch stärker auf sie noch unter Druck setzen müssen. Ne, ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, entweder du towerwaschst mich mit den spanischen Einwanderern oder du lässt mich einfach boom. Deswegen habe ich dann einfach mit dem Dock und dann einfach Wirtschaft. Ja. Ja, ich hatte noch die andere Idee, ein FI zu machen. Habe ich erst vorgestern oder so gesehen und fand das ganz geil. Das wäre ja auch geil gewesen. Ah, ich habe mich dann doch gedacht, ach komm, das klappt zu gut. Aber ja, ich habe noch zu wenig Erfahrung. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Immer richtig doch. Kommandermund. Ach so, okay. So, warte. FD, Maui, Testo Pirne, Strategas. Da bist du doch. Hast du das Game gespeichert? Ja. Gut. So, Maui, Testo ist bereit. Das wird nochmal lustig. Ja, bin ja auch gespannt. Cost rejected. Oh. Wo bist du denn jetzt? So. So, noch einmal. So. So, war ihr? Woi, Testo hat es schon ausgewählt. Ich wähle es auch aus. Sehr gut. Ja. Das wird schon mal lustig. Dann, viel Spaß schon mal. Gleich. So. So. Wie man hier schon sieht. Weichetsu. Hat die Chinesen. Ich hab die Chinesen. Es wird ein Rand. Und ich hab Bock drauf. Ich glaube, ich bin gerade im Verlegen, ob entweder ich mach eine Taktik, die ich bei... Äh... Äh... Kerem, glaub ich, war das... Malte X gesehen hab. Mit den Chinesen. Entweder nen... F... F... Mit... Non... Coin... Shippen. Oder... Äh... Ich mach einfach die Randstrategie von Sion wieder. Ich guck mir, glaub ich, erst mal das Deck an. Wir werden ja ungefähr... Wir werden ja ungefähr... Vergleich Agent. Äh... 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 Links haben. Der 80-Food-Schatz... Äh... 75-Food-Schatz, den lass ich mir natürlich erst erstmal nicht nehmen. Mach ja nicht einmal den gleichen Fehler. Hoffe ich. Schöne... 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 Allerdings sieht die Map auch grad anders aus als meine Prüf-Ahh- selective... Übungs-matches, die ich ge... ge... gehalten gemacht habe. Ich glaube ich kann's... Ich glaube ich kann's mitnehmen. er will auch gehen und dann mache ich einfach gegen white das dann mache ich einfach das nook coin fi dafür es dauert ein bisschen länger es dauert überraschend wenig weniger er hat ziemlich viele karten im zweiten auch es kann sein dass er mich überrascht deswegen ich will ich werde nicht sie uns machen weil sonst wenig gepickt ich weiß allerdings auch von white dass er sehr gerne im dritten spielt aber auch generell er nicht so der fi youtube ist sie 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, ich krieg den nicht. Ey, dafür, dass er den mittleren genommen hat, wird schon mal nicht gutes. Ach, shit, ich bin zu langsam. Ich wusste es. Ich schätze mal, er wird einfach H3 gehen und mich damit pushen wollen. Ich bin nie. Was er hoffentlich nicht weiß ist, dass ich dadurch, dass ich halt dieses Coin-Shipment habe, eigentlich mir ein Shipment im Zweifelsfall mehr holen kann. Dass mir deswegen nicht im Bau von dem Haus hier umreden muss. Der ist sehr schnell im Fortwistle. Ist ganz gut. Ist das noch? Das tut. Echt? Dass meine Kleine, ist das? Das tut mir. Was? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Er ist aber auch mit einem Porzellan-Turm gelb. Das war's für heute. Junge, du darfst mich niemals heiligen. Nicht da sein, oh Gott, ich dachte. Ich habe ihn nicht gesehen. Gehen mir etwa 2-3 Gehen mir etwa Gehen mir etwa Das war's für heute. Das war fatal, als ich gedacht habe. Das war es für mich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, das hat er, glaube ich, schon gewonnen. Ja, das hat er, glaube ich, schon gewonnen. Der macht dagegen ja kaum Schaden. Schade. Ja, gut. Schade. Schade. Schade, schade. Das hat er mit der Cavalry halt richtig gut noch gemacht. Der hat mir die gesamte Infanterie weggemacht. Das hätte ich viel besser machen müssen. Bin ich selber schuld, war schlecht gemacht von mir, aber gehe an ihm. Ach, schade. Aber gut, kann man nichts machen. Ich greife an mit, äh, ich gehe ins vierte, teilweise gehe ich auf Nummer sicher und nehme auch den Artillerieautomaten ins dritte und dann erst, oder, und das mache ich dann erst anders. Artillerieautomaten. GG. GG. Ja. GG. Also, ich dachte auch schon, teilweise habe ich noch, äh, sind die Gegner bei mir immer schon etwas früher da. Ne, die Sache ist, das war, das war geplant. Ich habe extra No-Coin-Age, also, ich habe mir extra keinen Coin geschickt, damit ich einen Shipman mehr habe und habe das zur Verteidigung genutzt, aber ich habe meinen Truppen einfach gar nicht gemikroft. Hm. Das war mein Fehler, aber vor allem mit deiner Kaff, dann war meine ganze Infanterie weg. Ja, ich habe dich ja auch umschlossen und so weiter. Und dann habe ich dir auch noch, äh, gefühlt deine halbe, halbe Siedler weggemacht, oder ein Drittel deiner Siedler weggemacht. Ne, ich hatte, ich hatte trotzdem mehr als du. Ja, das stimmt. Du hast es auch weiterhin produziert. Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich mich komplett auf den, den Rusher, äh, konzentriert habe. Rush. Rush im Sinne von, äh, das FD verhindern. Ja, was nicht geklappt hat, aber. Ach, Mann. Aber, wie gesagt, du konntest ja keine Masse mehr aufbauen. Ich habe ja jede deiner Schiffsladung, in Anführungszeichen, fast immer eins hinweggekriegt. Ja, ich habe es halt einfach scheiße gemacht, weil ich hätte es viel besser timen müssen und dann auch mit deinem Einheitenmeld bewegen müssen. Ja, wie gesagt, hättest du tatsächlich die 1000 Gold für die, äh, sag mal schnell, für die, ähm, für die Rattanen-Schilde, äh, bekommen, in Anführungszeichen, dann, äh, und die hättest du schicken lassen können, dann wäre es interessanter geworden. Hätte ich auch machen können, stimmt. Interessanter, nennt er es. Weil du hast es ja schon geschafft, hier meine gesamte Anti-Kaf in Anführungszeichen wegzuhauen und meine Kaf, und dann waren ja im Groben und Ganzen erstmal nur die, äh, restlichen, sag mal schnell, die restlichen, äh, Akkusiere übrig. Ja, dafür hatte ich mir extra dann die, ähm, also einen Flegel hingestellt, hab die auch extra H4 gemacht, hab dann aber gemerkt, scheiße, das bringt mir überhaupt nichts. Nee, das sind zu weniger, da hättest du wirklich diese 1000 Gold gebraucht. Ja, deswegen, ich hätte mir das umgetauschen müssen, um dann dir 1000 Dings zu machen, das war mein Fähig. Wie gesagt, ich hab's auch ständig versucht und immer aus dem Maul bekommen, deswegen dachte ich, komm, machst du mal Reverse Stalingrad. Näh, Stalingrad. Du bist, glaub ich, der erste Chinese, der mich somit besiegen kann, als Chinese. Ja, kannst du mal sehen. Ich krieg als China in letzter Zeit auch so oft aufs Maul. Ich bin die Fähig Stalingrad. Na gut. So, ich bedanke mich einmal fürs Zusehen. 1 zu 1 lässt sich mit leben. Hätte ich viel besser machen müssen, das zweite Game, aber gut. Ich bedanke mich einmal fürs Zusehen. Bis dann.